Ich befinde mich im Real-Life-Experimente-Simulator und hier kann ich alles bauen, was ich will, weil es sehr realistisch ist. Zum Beispiel hier ein kleines Auto und das Pferd sogar. Wie krass ist das denn? Aber heute wollte ich ein Flugzeug bauen, aber es ist Folgendes passiert. Ich habe aus Versehen eine Rakete gebaut, die ist aber noch viel krasser. Ich würde sagen, wir gehen da mal rein, Leute. Nämlich kann ich mich hier reinsetzen. Oh, oh. Und ich hebe ab. Oh, 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 oh. Vielleicht hätte ich erst die Tür schließen sollen. So die Tür schließt. Wir versuchen es nochmal. Also die Tür schließt, Leute. So und 3, 2, 1, Lift-Off. Wow, das fliegt ja richtig gut. Alter, ich kann sogar lenken in der Luft. Okay, sehr gut. Oh, oh, Alter, was ist das denn? Das Ding fliegt richtig gut, Leute. Ich habe einfach eine Rakete gebaut. Lasst ein Abo da, jetzt baue ich beim nächsten Mal ein Flugzeug. Let's go. Wow, 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 wow.